Hallo Leute und willkommen zu einem kurzen Beispiel, wie sich unsere Flotillen verhalten, wenn sie keine korrespondierende Flotille in der gegnerischen Aufstellung haben. Und wir sehen hier, dass der Gegner nur die Flotille 2 hat. Wir haben Flotille 1 und 2. Und unsere Flotille 1, die greift die ganze Zeit die gegnerische Flotille 2 an. Also wir haben das ja in anderen Beispielen gesehen, dass wenn der Gegner jetzt auch eine Flotille 1 hätte und unsere 1 hätte, der ein 1 schon besiegt, dann würde unsere 1 irgendwann die 2 auch nicht mehr angreifen können. Aber in dem Fall, dass es gar keine 1 bei den Gegnern gibt, haben wir da kein Problem.